Liebe Piraten, liebe Freunde, heute ist der Wahlsonntag und damit endet unser Bundestagswahlkampf 2021. Es endet eine Zeit, die anstrengend war und aufregend, in der wir viel gelernt haben, in der wir uns gegenseitig motiviert haben, gemeinsam gelacht haben und vor allen Dingen auch gemeinsam für ein Ziel gekämpft haben. Ich möchte euch Danke sagen für die Energie, die ihr reingesteckt habt, euer Herzblut, eure Zeit, nicht zuletzt auch euer Geld, die Unterstützung, den Mut und die Energie und die Kraft. Vielen Dank für diese tolle gemeinsame Zeit, ich denke, die uns als Partei auch wieder einen Schritt weiter nach vorne gebracht hat. Die Sichtbarkeit, die wir erreicht haben, die wir früher nicht gehabt haben, die wir, wo wir heute wieder sehen, wir erscheinen in Zeitungen, Journalien, Podcasts, Beiträgen im Fernsehen und halt eben auch wieder in der Straße. Zahlreicher, als das in der Vergangenheit der Fall war. Und was mich besonders freut, ist natürlich auch, dass wir durch unsere Präsenz erreichen, dass uns Menschen anschreiben und sagen, wie kann ich euch unterstützen, wie kann ich Mitglied werden, sagt mir, wie ich mich einbringen kann. Das so als Blick aus dem Cockpit quasi auch weitergegeben an euch. Wir haben einen Eindruck gemacht und auch nach dieser Wahl werden wir darüber, davon profitieren, was wir in den letzten Monaten geleistet haben. Wir freuen uns jetzt schon auf die vielen neuen Gesichter, die neuen Menschen, die mit ihrer Zeit und ihrer Kraft und Energie und auch ihrem frischen Wind und neuen Ideen mit dazu beitragen, die Partei groß zu machen und erfolgreicher zu machen. Jetzt möchte ich erstmal einen schönen Wahlsonntag wünschen. Nehmt euch die Zeit auszuruhen, werdet ihr sicherlich natürlich machen, und verfolgt gespannt die Ergebnisse. Ich wünsche euch eine gute Zeit und vor allen Dingen nochmal vielen Dank für das, was ihr geleistet habt, für das, was wir als Partei gemeinsam geleistet haben.